Eine Sache gibt Stefanie Hertel bei langen Abwesenheiten von ihrer Familie besonders viel Kraft. Wenn Stefanie Hertel Hamburgs große Musical-Bühne rockt, geht ihr Herz auf. Singen, tanzen und die Menge begeistern. Als Dancing Queen in Mamma Mia war sie dieses Jahr eine Idealbesetzung. Daher ist zu erwarten, dass die Sängerin in ihrer Rolle der Fashion Tanja für weitere Shows 2024 gebucht wird. Das bedeutet Jubel auf der einen, aber auch Tränen auf der anderen Seite. Denn für jeden Auftritt muss sie erneut ihre Lieben daheim verlassen. Abschied nehmen tut ja so weh. Doch im Glauben findet sie immer Kraft. Für die Arbeit quer durch Deutschland. Rund 890 Kilometer muss Stefanie quer durch Deutschland fahren, um ihren Ehemann Lenny Lanner. Tochter Johanna und Papa Eberhard Hertel wieder in die Arme schließen zu können. Denn ihr Hamburger Arbeitsplatz ist ja nicht gerade ums Eck vom heimischen Chiemgau. Erst im November gab es für Stefanie eine Verlängerung in der ABBA-Show. Ihre Weihnachtstournee Märchenhafte Weihnacht hält sie noch bis Ende Dezember auf Trab. Puh! Für die Musikerin nicht leicht, Job und Familie zu vereinbaren. Sobald Stefanie zur Ruhe kommt, denkt sie an ihre Liebsten und an ihre Mutter Elisabeth, die vor sechs Jahren am zehnte. Dezember verstarb. Ich trage sie immer bei mir, ganz fest in meinem Herzen, verriet sie. Im Übrigen ist Papa Eberhard auch nicht mehr der Jüngste, braucht zunehmend die Unterstützung seiner Tochter. Obwohl es schon hier und da mal zwickt, lässt er sich davon nicht beeindrucken, beschwichtigte sie kürzlich. Ein Zustand, der sich schnell ändern kann, das weiß auch Stefanie. Dass ihre ständige Abwesenheit auch für Unruhe innerhalb der Ehe mit Lenny sorgen kann, versteht sich von selbst. Schwere Zeiten, in denen Stefanie stark bleiben muss. Aber sie sagt, im Glauben finde ich Kraft. Ich bin ein sehr gläubiger und spiritueller Mensch, denke, dass nach Regen stets die Sonne kommt. Ich bin ein sehr glüß, denke ich.